warum warum darf ich nicht in die höhle warum warum habt ihr was zu verstecken ja ein bisschen ein bisschen stoff aber mehr auch nicht ich komme nicht rein was ist das für eine sauerei höchstwahrscheinlich ist das ein explosives fass so brennt jetzt euer stoff hier ich komme hier nicht weiter naja was soll's auf jeden fall geiler mit so vielen waffen oh ja mp sind auch geil nur die munition geht hier ein bisschen schnell leer aber was soll's ich habe ja kaum noch die munition für meinen fall für meinen bogen eher hier fehlen ein paar feine heute rucksack voll ja ich brauche dafür dingos jetzt wird halt nur noch geld aufgenommen und ich habe nur einen fall wieder den rest habe ich hier irgendwo verballert hinter mir irgendwo da müsste ich ein paar feine hin geballert haben jo ein habe ich jetzt wieder ein sieben reichen auch perfekt und irgendwo war noch eine aber egal was meint er hier wurden die lösegeld videos gedreht so hier hatte ich doch ein paar weggesnackt oder eigentlich schon egal oh hier hat nämlich fast jemand gesehen oh kann ich mir hier munitionen holen oh 15 schuss geil so hier gibt es noch was zum plündern da muss auch noch was zum plündern aber da gehe ich jetzt nicht hin so vielleicht ein bisschen vorsichtiger hier rumlaufen ach egal was soll's so muss ich ach ich muss da wieder zu dem typen ja ich brauche ja die schlüssel stimmt ja noch mal einen tauchgang und jetzt hier oh den kann ich auch noch mal plündern ein huhn noch eins die kommen mir verdächtigt vor ach egal lass ich die hühner hä was soll ich da jetzt denn machen jetzt soll ich doch in die höhle oder was wo kommen die her wo kommen die her nein wow da fliegt das Passe auch mal gerne durch die Gegend hoho ja jetzt kommen sie alle da raus hier hm da ist doch noch einer hä du hast nichts zu lachen mein Freund gar nichts ah hier sind die gefangenen den schlüssel habe ich schon anscheinend okay bin da nicht möglich brieftasche voll auch nur eine brieftasche ist voll na klasse jetzt kann ich eigentlich gar nichts mehr plündern ja hier habe ich wieder munition für meine mp ja hier habe ich wieder munition für meine mp ja ach du scheiße nö nimm das so ich würde sagen die hülle ist leer ne da ist noch einer oh quickscope nein ähm okay doch war eigentlich schon eine aber habe ich jetzt nur gemacht weil ich keine andere waffe hatte und jetzt hier mal ein bisschen mit der schruttwinde hier durchrushen mp munition na gut ich mache hier mal ein bisschen schneller jetzt alles voll mit drogen kann ich die hier nicht benutzen oder sowas mitnehmen ein beutelchen naja ich komme ui mich ach stimmt ich kann mir ja auch die ganze knete hier kann ich nicht mitnehmen so herstellung brieftasche brieftaschen brieftaschen von den dingern krallen oder mehr ausgeben hallo ist doch was ja sehr geil ein tiger und ein video ist nur ein video sie ist nicht hier fail aber war klar dass das irgendwie so ist ich will dass du sagst mom dad mom dad ich liebe euch mom dad ich will haute es war sehr schön das muss man so machen nein mit dem emotion was wo bist du wo nein fail och man der war doch eben noch nicht da der hat sich bestimmt dahin geportet mhm das wird sein äh fuck wer hat dich tätowiert ich will wissen wie er das gemacht hat tja du hattest meinem bruder in den hals geschossen aber egal kopf hoch verstehe ich verstehe ich ich meine ohne familie wer sind wir denn früher hätte ich alles getan für meine schwester ich habe sogar getötet für meine schwester aber das hat ja nicht gereicht nein 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 bitte du weißt wie das mit der familie ist oder die verdammte familie die bringen dinger das hättest du nie gedacht jedes verdammte mal sagen sie zu mir was was wer verpickt doch mal ist der wichtiger die oder ich ich oder die als ob echt als ob die denken dass ich mich entscheiden müsste die die der das das so schön gepasst mhm wirklich zu blöd dass sie drei dich tätowiert hat reicht es nicht dich zu töten muss dich auslöschen nicht weinen nein nein ich schwöre bei gott man es ist wunderbar dass du bereit bist für dein liebste zu sterben warum wird jetzt nur einer mitgenommen naja was weiß ich wo ach ja das kann ja was werden alter wer hat denn hier das haus nicht richtig geboren ach die ist doch jetzt schon verbrannt begrenzte zeit geil auf dem weg ich muss auf die rohre schießen oh ich brenne ich brenne oh hab ich gar nicht mitbekommen natürlich ist das feuer überall hier ist alles aus holz zum großteil natürlich hätte doch noch mal durchlaufen können nein 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 auf keinen Fall nein da liegt doch was so ich halte die hitze nicht länger aus ach doch doch das schaffst du ja ja ich bin doch gleich hier ging doch keine sorge ich bin da oh mein Gott sauber naja immerhin jetzt hier weg vom feuer alles in Ordnung ich glaub schon da drüben der Wagen wehe die wird jetzt auch noch abgeschossen den hole ich mir holt euch das Fahrzeug Lisa du fährst was ok ok frauen am steuer oh ja leert hast du immerhin dreckskarre ja ich snag euch weg so sieht's aus ja welche explosion ja welche explosion unendlich munition geil ja ja oh was hab ich hier denn ist das ein granatenwerfer ja naja wuhu pam pam oh lädt der langsam nach na gut geht noch pam 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 äh fängt da jetzt was an zu brennen lol ich schieße immer daneben ich soll ruhig bleiben wenn die auf mich schießen Hände auf 10 vor 2 10 vor 2 bam bam auf die Fresse Junge schön nachladen so wir sind denn hier jetzt Gegner hier ich will mal ein paar weghauen oh mein Gott oh mein Gott schneller schneller keine Straße geht nicht sag mehr die wollen xd so jetzt hier ein bisschen hier Gras anzünden ja beruhig dich immer noch ist ja nix hier los ich warte hier noch sehnsüchtig auf meine Gegner und hier fängt es wirklich an zu brennen fett kam auf die Fresse oh fuck oh fuck oh fuck gib dir ein Medipack warum hab ich eine Pistole ich will gar keine Pistole ich will ein fettes Mg ein fettes Mg ich verstehe ich verstehe auch grad nix oh nimm eine Medi 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 hui ja endlich die Gammelpistole und warum hab ich jetzt wieder begrenzte Munition ja dann kotze mal hier kotze mal hier fett in den Wagen hm 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 Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich weg. Herr Grant musste direkt am Anfang sein Leben da lassen. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass der Jason hier langsam Spaß hier am Abschlachten und allem bekommt, so wie er jetzt drauf war. Was doch lustig für ihn im Ende hinein, für mich sowieso, aber ja. Was doch lustig für ihn im Ende.